Moin, schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute habe ich wieder ein gespielt Video für euch mit 5 Spielen, die ich in den letzten Tagen und Wochen gespielt habe. Ich möchte euch so ein bisschen von meinen Erfahrungen berichten und euch die Spiele so ein bisschen zeigen, ein bisschen erzählen, worum es da bei den Spielen geht und wie sie mir gefallen haben vor allen Dingen. Und heute habe ich wieder einen bunten Blumenstrauß aus kleinen Spielen, aus großen Spielen. Ich habe auch einen Prototypen dabei, ein Vorabexemplar. Und ja, mal schauen, vielleicht ist was für euch dabei. Falls nicht, dann empfehle ich euch auf jeden Fall weiter auf meinem Kanal zu stöbern. Da wird schon das ein oder andere coole Spiel für euch dabei sein. Und am besten abonniert auch den Kanal direkt, da verpasst ihr auch keine zukünftigen Videos mehr. So, und jetzt fangen wir an mit dem ersten Spiel. Und das erste Spiel ist auch direkt ein Prototyp eines kommenden Kickstarters. Ich wurde von Spieltrieb angeschrieben, ob ich nicht mal Lust habe, mir Night Express anzugucken. Ich habe zugesagt und ja, hier sind wir. Wahrscheinlich mache ich dazu auch noch ein ausführlicheres Preview-Video, aber ich möchte euch heute in dem Gespielt-Video schon mal so ein bisschen grob erzählen, worum es sich handelt bei Night Express. Ja, hier steht Night Express Deep Economic Strategy Board Game. Ja, kann man so sagen. Ich würde das Deep tatsächlich ein bisschen rausstreichen. Ich finde das Deep ein bisschen ein klein, take too much. Aber wir haben auf jeden Fall hier ein Economic Strategy Board Game. Was machen wir in Night Express? In Night Express versuchen wir uns Nachtzüge zu kaufen. Also wir steigern Nachtzüge. Dann suchen wir uns in einem Drafting-System so Destinationskarten aus, ja, wohin unsere Züge fahren sollen. Also wir, ja, wie nennt man das? Wir versuchen so ein bisschen ein Nacht-Express-Unternehmen aufzubauen, indem wir anbieten, von X nach Y zu fahren. Also wir können zum Beispiel uns so Destinationskarten ziehen, die uns dann sagen, ja, ich habe hier so eine Verbindung zwischen Paris und Berlin. Und diese Verbindung zwischen Paris und Berlin, die dauert X Stunden und da können so und so viele Leute mit transportiert werden, beziehungsweise die hat dann ja so ein bestimmtes Aufkommen an Leuten, die diese Verbindung nutzen würden. Und dann gilt es in einer weiteren Phase, nachdem ich mir quasi dann so eine Zielkarte genommen habe, gilt es, einen Zug zu ersteigern, der dann auch möglichst gut dazu passt. Ich kann zwar auch im späteren Verlauf noch andere Züge zu anderen Destinationskarten quasi zuordnen, also ich kann die dann auch irgendwann tauschen, aber grundsätzlich möchte ich zu jeder Verbindung, die ich habe, ich nenne es mal Verbindung, weil es, glaube ich, irgendwie der bessere Begriff ist, zu jeder Verbindung möchte ich einen passenden Zug haben, der zum einen nicht die Leute am Bahnhof stehen lässt, weil ich sie nicht mitnehmen kann, weil er nicht genug Waggons oder so hat. Und er darf halt auch nicht zu teuer sein und auch nicht überdimensioniert. Also ich möchte auch nicht mehr Platz haben, als ich Leute mitnehmen kann, denn dann habe ich quasi wahrscheinlich auch zu viel Geld ausgegeben. Und so versuche ich möglichst meine Verbindungsschlau zu draften. Ich versuche möglichst meine Züge günstig zu kaufen, beziehungsweise ja die richtigen Züge zu kaufen. So eine richtige Versteigerung ist es nicht. Man kann, ja doch, man kann bieten, man kann ein bisschen mehr Geld zahlen, aber das ist tatsächlich, ja, so begrenzt ist es gar nicht. Es gibt so Karten, also ja, es ist eine Versteigerung. Ich muss immer so einen Basispreis zahlen und kann dann quasi noch so einen Aufpreis zahlen und dann sozusagen meinen Konkurrenten ausstechen. Und das mache ich quasi vier Runden lang und nach vier Runden schaue ich dann, wie viele Punkte ich habe. Und das Besondere ist halt, dass die erste Verbindung mit dem ersten Zug, den ich quasi, die ich kombiniert habe, die wird quasi viermal gewertet, die zweite wird dreimal gewertet, die dritte wird nur zweimal gewertet und die vierte wird halt nur noch einmal gewertet. Das heißt, ja, ich werte quasi jede Runde alle meine Zugverbindungen, die ich quasi mir zusammengestellt habe. Sehr interessant. Es ist wirklich, ja, man muss wirklich richtig gut abpassen. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass es gar nicht so, ja, gar nicht so schwierig ist, tatsächlich diese Abstimmung hinzubekommen, dass es dann quasi sich um Nuancen handelt. Aber vom Balancing muss ich sagen, also möchte ich gar nicht so viel drüber reden. Ich habe es auch gar nicht so häufig gespielt und kann sich ja auch noch ein bisschen was ändern an den Regeln. Aber ja, grundsätzlich ist es das. Ich habe den Eindruck, es ist dann relativ leicht zu erlernen und tatsächlich dann relativ schwierig auch zu mastern. Also diese Nuancen dann zu finden. Okay, jetzt habe ich hier eine Person mehr, ich habe eine Person weniger. Dann kriegt man noch so Penalties. Es gibt dann noch so Experten, die man sich holen kann. So ein paar zur Auswahl, die dann irgendwie so ein paar Vorteile bringen. Tatsächlich ist die Bandbreite da nicht so groß. Also es gab nicht so unendlich viele verschiedene. Es ist dann alles tatsächlich sehr begrenzt, aber es funktioniert in sich wirklich gut. So, dass ich sagen muss, ja, wir haben hier ein Kennerspiel. Ich würde sagen, es ist auf keinen Fall ein Expertenspiel, aber ein Kennerspiel mit einem, ja, tatsächlich interessanten Thema. Also dieses, dass wir Nachtzüge kaufen, die gibt es dann auch noch in drei unterschiedlichen Ausrichtungen oder Qualitätsstufen. Sind dann natürlich auch unterschiedlich teuer. Man kann die dann auch upgraden, man kann auch, ja, man hat auch die Möglichkeit, diese Züge gar nicht zu kaufen, sondern einfach jede Woche, jede Runde zu leasen. Das kostet dann natürlich dementsprechend Geld, spart aber dann irgendwie am Anfang und dann hat man vielleicht Zeit, seine Strecke irgendwie ein bisschen besser zu optimieren und so. Also es gibt so Kleinigkeiten, an denen man irgendwie drehen kann, so ein paar Hebel, die man stellen kann. Aber es ist tatsächlich, die Verzahnung ist nicht so riesig komplex, sodass es ein Expertenspiel wird, sondern, ja, ich würde sagen, es ist im Kennerbereich. Ja, interessantes Ding auf jeden Fall. Gucken wir mal, was die Kampagne so macht. Und, ja, wir werden es weiter beobachten und dann in einem Preview-Video gibt es dann noch so ein bisschen mehr Informationen. Da zeige ich ein bisschen mehr Spielmaterial, gehe auch nochmal durch die Phasen und so. Also bleibt auf jeden Fall dran. Da kommt dann noch ein einzelnes Video zu. Das zweite Spiel geht so ein bisschen in die Richtung Reisespiele. Vielleicht kennt ihr diese NSV-Reihe mit diesen, ja, kleinen Roll-and-Ride-Spielen, mit, was ist das, flotte Wolle, etc. Oder es heißt nur Wolle. Und Spiele-Muffel.de hat auch solche Spiele. Ich habe hier nämlich eins zugeschickt bekommen und sie haben mir zum Doku einmal zugesendet. Und davon möchte ich euch berichten, das habe ich gespielt jetzt. Und dabei handelt es sich auch um ein ganz kleines Roll-and-Ride. Wir haben hier eigentlich nicht mehr als diesen einen Block. Also jeder Spieler bekommt hier so einen Zettel von diesem Block. Und ihr seht hier ganz, ganz viele Zahlen von 1 bis 6. Und hier oben solche Aufgaben, die wir erfüllen müssen. Und dann ist es so, jeder Spieler startet, ja, an irgendeinem Feld. Und dann werden diese beiden Würfel gewürfelt, weiß und schwarz. Und diese geben an, wie viele Felder wir welche Aufgabe machen müssen. Also wenn ich jetzt quasi bei beiden eine 6 würfel, dann muss ich, gucke hier auf den Block. Und dann steht hier, ja, die größte Zahl. Das heißt, ich möchte möglichst viele große Zahlen ankreuzen. Und ich muss das 6 Felder lang machen. Also ich muss mich dann hier quasi so durchschlängeln und dann 6 Felder angekreuzt haben. Und dann wird quasi bei jeder Aufgabe verglichen, wer die am besten gelöst hat. Und derjenige bekommt dann Punkte. In den ersten Runden bekommt man 2, später 3, später noch 4. Und am Ende, in den letzten 4 Zügen quasi, bekommt man auch noch 6 Punkte. Ja, und wer am Ende die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Das ist quasi wirklich so ein sehr kleines, schönes Reise-Roll-and-Ride. Und es gibt auch online auf spielemuffel.de noch einen Map-Generator. Da könnt ihr euch noch, ja, so ein bisschen abgewandelte, ja, Formen hier von dieser Zahlen-Map ausdrucken, beziehungsweise generieren lassen. Da gibt es dann auch so ein paar Felder, die ihr dann gar nicht betreten dürft. Ja, sehr unspektakulär, aber wirklich sehr schön mal für zwischendurch. Vielleicht auch, ja, wenn man halt diese Blöcke so auch in der Hand halten kann. Irgendwie, wenn ihr irgendwo ansteht oder in der Bahn oder im Flugzeug, was auch immer. Man braucht halt wirklich wenig Platz. Man braucht eigentlich nur so Platz für diesen Block. Und Würfeln kann man auch zur Not auch irgendwie auf dem Handy mit zwei Würfeln. Müsst ihr gucken. Ja, schönes Ding. Wollte ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Ich finde ja immer solche kleinen Spiele für zwischendurch sehr schön. Die NSV-Reihe liebe ich wirklich. Und auch dieses Zundoku, muss ich sagen, hat mir wirklich gut gefallen. Auch wenn man sagen muss, ist natürlich doch schon sehr viel Glück dabei bei dem Spiel. Weil wenn man jetzt gerade irgendwo ist und kann die Aufgabe besser erledigen als jemand anders, weil das da schon sehr deterministisch ist. Man kann bei jeder Aufgabe natürlich schon gucken, okay, welches ist eigentlich der beste Weg für jetzt. Für später, für späteren Aufgaben natürlich nicht mehr. Und ja, aber man darf möglichst auch nicht irgendwie am Rand sein, weil einem das natürlich einschränkt und so. Ja, also ist ein schönes Familienspiel, muss ich sagen. Dann möchte ich euch noch von einem kleinen Spiel berichten, was ich endlich zu Ende gespielt habe. Ich hatte, glaube ich, schon in einer vorherigen Gespielt-Folge mal davon berichtet. Und zwar von Noobs im Weltraum. Und jetzt haben wir es dann nochmal komplett durchgezogen. Ich habe mir nochmal ein Exemplar gekauft, Noobs im Weltraum, und wir haben es an einem Abend mal eben schnell durchgezogen, obwohl wir tatsächlich mit unserer Kleinen im Hintergrund so ein bisschen Quengelei hatten und wir ein bisschen abgelenkt waren. Aber ich muss sagen, dafür haben wir uns wirklich ganz gut geschlagen. Wir haben auch jemanden dabei gehabt, der, da habe ich mich gewundert, also unsere Kleine lag halt hinter ihm und war irgendwie nicht so richtig zufrieden und er hat sich überhaupt nicht beirren lassen. Ja, Hut ab, Chapeau dafür. Und ja, bei Noobs im Weltraum, also wahrscheinlich, wenn ihr jetzt noch gar nichts über das Spiel wisst, dann spult auf jeden Fall nochmal zurück, gleich, wenn ich euch erklärt habe, was wir in dem Spiel machen. Und der Rest kann auf jeden Fall jetzt weitergucken. Ja, bei Noobs im Weltraum sind wir quasi eine Crew, werden ausgebildet zu einer Weltraum-Crew. und wir fliegen in den Weltraum und dann geht so einiges schief. Wir müssen verschiedene Dinge tun. Die Toilette ist irgendwie immer kaputt und dann müssen wir noch anderen Leuten helfen, die da so rumirren im Weltraum und wir müssen verschiedene Aufgaben erfüllen. Und diese Aufgaben erfüllen wir, indem wir die richtigen Karten im richtigen Moment ausspielen. Es ist so, wir zu jeder Mission, es gibt, glaube ich, sieben, ne, es gibt acht Missionen, glaube ich, gehören eine bestimmte Anzahl von Aufgabenkarten und, ja, Sachenkarten, also Items. Die bekommen wir alle auf die Hand, das wird quasi gemischt und jeder kriegt dann quasi so viele Karten auf die Hand, dass das einigermaßen gleich verteilt ist. Und dann sind da an diesen Karten Aufgaben und die müssen der Reihe nach erfüllt werden. Und dann liest derjenige, der zum Beispiel die Aufgabenkarte 1 hat, der fängt dann an und liest diese Aufgabe vor und dann müssen wir in einer bestimmten Reihenfolge, ja, Karten ausspielen. Wir müssen über die Karten sprechen, die wir auf der Hand haben, um die richtigen Karten auch auszuwählen, weil das ist dann auch immer nicht so ganz einfach, wenn man eine Rakete ausspielen soll, dann muss man halt auch irgendwie wissen, welche. Oder wenn man, ja, ein Radio bedienen soll, dann muss man auch wissen, welchen Radiosender man einstellen soll. und dann ergibt sich quasi am Ende der Mission ein Bild von Karten, die man ausgespielt hat und das vergleicht man dann mit der Lösung und wenn tatsächlich, ja, die richtigen Karten dort liegen, dann hat man die Mission erfolgreich geschafft und dann kommt es darauf an, wie schnell man das Ganze natürlich geschafft hat. Da gibt es dann so eine kleine Bewertung in der Anleitung und dann, ja, kriegt man quasi Sterne als Abzeichen. Wirklich sehr schön, die Aufgaben sind auch teilweise wirklich sehr kreativ und sehr lustig. Manchmal von Mission zu Mission wiederholen sich Dinge auch. Das fand ich ein bisschen schade, dass es sich dann für meinen Geschmack irgendwie ein bisschen zu sehr wiederholt hat ab und zu. Also es gibt zum Beispiel irgendwie so eine Aufgabe, da muss man die ganze Zeit Wörter vorlesen und das kam halt irgendwie dreimal dran und nach dem ersten Mal war der Gag aber schon irgendwie weg, weil man dann wusste man ja, was man gemacht hat. Also da empfehle ich tatsächlich, das nicht mit den gleichen Gruppen zu spielen, sondern mit unterschiedlichen Gruppen, weil es dann für die Gruppe an sich ein bisschen langweilig wird. Aber es hält sich alles in Grenzen und es ist natürlich auch, ja, es ist kein hochtrabendes, kompliziertes Spiel. Es ist einfach ein lustiges, kleines, fast schon Partyspiel, was man einfach so zwischendurch mal mit der Family spielen kann. Wobei ich sagen muss, also wenn ich das zum Beispiel mir vorstelle, wenn man das mit Kindern spielt, ich glaube tatsächlich checken die manche Sachen nicht. Also manche Sachen waren schon happig und bei manchen Sachen haben wir dann auch geschluckt oder haben wir auch wirklich nicht so richtig gut abgeschnitten, weil wir dann doch mal die falsche Karte gespielt haben und es auch nicht gecheckt haben, was wir machen sollen so von Anfang an. Naja, vielleicht war unser Mausili auch schuld. Vielleicht war das Quengeln, hat unser Gehirn so ein bisschen, ja, quasi abschalten lassen. Ähm, und ja, war aber eine lustige Runde, trotz der kleinen Quengelei im Hintergrund. Äh, wir haben es dann auch schnell noch durchgezogen, damit wir uns auch wieder um die Kleine kümmern konnten. Und ja, schaut euch das gerne mal an, wenn ihr so kleine lustige Ablegespiele sucht. Ähm, Noobs im Weltraum kann man natürlich, ja, einmal spielen nur, würde ich sagen. Dann ist der Gag halt weg. Und, äh, ja, vielleicht ist das was vor. Das waren die ersten drei Spiele, jetzt kommen gleich noch zwei richtige Kracher. Bevor ich damit loslege, nochmal die kurze Erinnerung. Abonniert auf jeden Fall meinen Kanal und lasst auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben da, falls euch dieses Video gefallen hat. Macht die Glocke an, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Und weiter geht's mit dem nächsten Spiel. Und dann haben wir endlich Anunnaki gespielt. In, ja, mehreren Konstellationen habe ich es letzte Woche gespielt. Und bei Anunnaki handelt es sich ja um den Cranio Creation Titel, der letztes Jahr als Kickstarter ausgeliefert wurde. Ich hatte es mir dann auf der Messe mitgenommen. Es war auch in meiner Vorschau-Liste. Und es hat tatsächlich sehr lange gedauert jetzt. Es war sehr lange auf meinem Pile of Shame. Und ich bin froh, dass ich es noch gespielt habe. Ich bin froh, dass ich es noch rausgeholt habe, weil es hat mir wirklich gut gefallen. Es hat, ja, so einen super interessanten Mechanismus, muss man sagen. Also es ist natürlich ein Simone Luciani. Und da merkt man immer schon, okay, so die Aktionsauswahlmechanismen, die sind mal wieder, ja, hier, also da wurde besonders viel Wert drauf gelegt. Das merkt man auch bei diesem Spiel. Und thematisch sind wir ja so in diesem Gottheiten-Ding unterwegs. Also man kann Zeus spielen oder, ja, irgendeine andere Gottheit und versucht dann, ja, seine Follower auf dem Board zu haben. Man hat so ein bisschen Area-Control. Man versucht, seine alte Welt zu verlassen und nach New Eden zu gehen, um dort, oder New Atlantis zu gehen, um dort, ja, sich aufzubauen. Man versucht, Ressourcen zu generieren. Man versucht, so ein bisschen zu kämpfen. Naja, und am Ende versucht man eigentlich, die meisten Siegpunkte zu erlangen. Und es funktioniert so, dass wir, und das wusste ich tatsächlich, als ich die Vorschau-Liste gemacht hatte, noch nicht. Ich hatte es irgendwie immer so verstanden, dass man sich entweder, ja, irgendwie Richtung Technologie bauen kann oder irgendwie diese Götteraktionen machen kann. Aber nein, es ist ein bisschen anders. Es ist so, dass wir ein Aktionsboard haben. Da haben wir so einen kleinen Aktionsmarkierstein. Und das ist so ein bisschen aufgebaut wie so ein ineinander verschachteltes Pentagramm. Und, ja, die einzelnen Aktionsfelder, die tatsächlich auch von Partie zu Partie immer unterschiedlich angeordnet sind, sind verbunden mit solchen Linien. Und nun ist es so, dass wir quasi so einen inneren Kreis haben. Und wir haben ganz viele so kleine äußere Kreise, die wir, ja, gehen können. Also, das sind quasi keine Kreise, aber es sind halt so Strecken, die quasi dann, ja, quasi ein kleines Plättchen umrunden. Und dann ist es so, dass wir, wenn wir diesen inneren Kreis laufen, dann umrunden wir quasi so ein Plättchen, was uns unsere Gottheit aufs Bord stellen lässt. Damit bekommen wir eine zusätzliche Fähigkeit. Und da bekommen wir auch noch ganz viele Schritte auf solchen Leisten, die uns später noch Siegpunkte bringen. Aber wir bekommen keine Kristalle, die wir aber brauchen, um Zusatzaktionen zu machen, jeden Zug. Und, ja, das kann man sich halt überlegen, ob man dann diesen inneren Kreis läuft, um diese Gottheit möglichst schnell aufs Bord zu bringen. Oder ich konzentriere mich eher auf den äußeren Kreis und auf die äußeren Kleinkreise, um meine Halbgötter aufs Spielfeld zu bringen. Und dann, ja, kann ich halt nur die Halbgötter aufs Spielfeld bringen und vielleicht auch gar keine Halbgottheit, wenn ich nur die ganz äußeren Kreise mache. Aber dafür bekomme ich halt deutlich mehr Boni und deutlich mehr Kristalle, um dann noch zusätzliche Aktionen machen zu können. Also das ist wirklich, und da bin ich wirklich jedes Mal drauf reingefallen. Bei jeder Partie war es dann irgendwie so, ja, okay, also diese Gottheit, ja, die ist super stark, aber ich muss die wirklich früh aufs Bord bringen, weil dann bringt die mir extrem viel und dann kann ich, dann mache ich das so und so. Ja, und irgendwie vier Züge später hatte ich irgendwie nicht eine Aktion gemacht, die mir irgendwie hilft, diese Gottheit aufs Bord zu bringen, weil ich immer so scharf auf diese Kristalle war. Ich bin da echt immer super schnell drauf reingefallen und war dann immer viel zu gierig. Die letzte Partie, die wir hatten, die war so mega knapp. Tatsächlich hat es diesen Mechanismus, dass man das Spiel beenden kann, obwohl man nicht vorne ist, das mag ich ja immer nicht so gerne. Also es hat nicht diese Anzahl feste Runden, sondern es gibt halt so Spielendbedingungen und es war dann halt, ja, okay, jemand hatte halt beendet und derjenige ist letzter geworden und ich war dann halt nicht nochmal am Zug und konnte meinen coolen Zug nicht machen. Natürlich hätte der nach mir dann auch noch irgendwie einen coolen Zug machen können und so. Es wäre gar nicht, also es war super, super knapp, aber tatsächlich hat es so diesen Kingmaker-Effekt dann irgendwie gehabt, ja, im weitesten Sinne. Und ja, es ist tatsächlich, ich komme da nicht mehr klar mit diesem, weil wenn ich diese Gottheit irgendwie möglichst schnell aufs Bord bringen möchte, um mir diesen coolen Bonus zu holen, den die bringt und irgendwie so einen permanenten Effekt zu holen, dann fühlen sich alle Aktionen, die ich mache, um das tun zu können, halt extrem schwach an, weil ich halt nie diese Zusatzaktionen machen kann. Auf der anderen Seite fühlen sich diese anderen Aktionen, wenn ich immer diese Zusatzaktionen machen kann, echt super stark an, aber ja, sie sind halt gar nicht so stark, weil ich es nie schaffen werde, diese Götter aufs Bord zu bringen. Also super interessant, das ist, ähm, und auch, also, es ist so krass verzahnt, dieses, dass man, man hat am Anfang eine Hauptaktion, dann hat man eine Zusatzaktion, dann hat man noch eine Zusatzaktion und das muss man alles in seinem Zug irgendwie einberechnen, an Ressourcenknappheit ausloten, was man denn wann, wie alles machen kann. Also da ist AP Vorprogrammier, dieses Analysis Paralysis, ähm, da kann man wirklich sehr hart optimieren, muss man sagen. Der Area Control Aspekt, den fand ich gar nicht so stark. Ja, man kann auch am Anfang schnell irgendwie auf einen fremden Planeten hoppen und da irgendwelche Ressourcen grabben und, ähm, da Ressourcenquellen erschöpfen, das finden die anderen nicht so cool, man kann auch so Schreinfelder besetzen und so, aber tatsächlich kann man das auch sehr solitär spielen, muss man sagen. Also, man muss sich nicht ins Gehege kommen, man muss nicht kämpfen, auch wenn man dafür natürlich irgendwie, ja, so Punkte bekommt, aber man kann auch so gegen diese neutralen Dinger auf dem Board kämpfen, das reicht eigentlich auch, um ein bisschen Punkte zu machen. Ähm, ja, das, äh, also fand den Area Control Mechanismus oder Area Majority gar nicht so stark und so ausgeprägt bei dem Spiel. Das ist ein wirklich sehr interessantes Ding, ähm, in der Standardversion, die ich habe, sind jetzt leider nur vier Gottheiten dabei, das finde ich halt tatsächlich ein bisschen langweilig, ein bisschen, ein bisschen wenig, ich weiß, dass in der Kickstarter noch irgendwie zwei oder drei Extra-Götter dabei sind, da, die hätte ich gerne, würde ich auf jeden Fall gerne nochmal ausprobieren, in meiner Version sind die, wie gesagt, leider nicht drin, mal gucken, ob ich da noch meine Finger dran kriegen kann, und, ja, mega cooles Ding, also, tolles Spiel, eher zu dritt und zu vier zu empfehlen, als zu zweit. Zu zweit ist es halt, obwohl, zu zweit ist es auch gut, muss man sagen, aber zu zweit sind so manche Fähigkeiten von manchen Göttern machen dann irgendwie nicht so viel Sinn. Also, es gibt zum Beispiel einen, der irgendwie diese Kultur-Tokens bekommt, auch wenn der bei anderen Planeten einfach nur anwesend ist, und wenn man halt nur einen Mitspieler hat, dann kann man halt irgendwie nur zwei Extra-Kultur-Tokens bekommen, also, beziehungsweise vier mit denen in der Mitte und, naja, also, ähm, skaliert irgendwie nicht so gut, finde ich, mit zwei Spielern. Also, lieber zu dritt und zu viert spielen und in der vollen Besetzung und dann, ja, tolles Expertenspiel, tolles, also, ich würde sagen, es ist ein Expertenspiel, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und dann kommen wir schon wieder zu einem Zugspiel, diesmal geht es um U-Bahnen, denn in Terminus versuchen wir U-Bahnen, unser U-Bahn-Netz aufzubauen. Das Ganze ist, glaube ich, ein Kickstarter, der jetzt demnächst ausgeliefert wird oder wurde, ich bin nicht ganz sicher, ich habe auf jeden Fall so ein Vorab-Exemplar, ein englisches Vorab-Exemplar bekommen von Skellig Games, denn dort wird das demnächst auch auf Deutsch erscheinen, ich glaube, das heißt demnächst, wahrscheinlich im Sommer oder im Herbst, so ganz genau wussten die das auch noch nicht. Ich werde dazu auch nochmal ein separates Video machen, ist auch alles schon abgedreht, ich habe ein Regelvideo und nochmal ein Preview-Video dazu gemacht. Das kommt dann einfach zeitnah, sobald ihr das irgendwie, ja, bestellen könnt, sobald das irgendwie verfügbar ist, weil sonst, ja, will das eh keiner gucken, insofern dachte ich mir, nutze ich dann die Gelegenheit, euch jetzt im Gespielt-Video nochmal so ein bisschen davon zu erzählen. Ja, bei Terminus handelt es sich auch um so ein wirklich sehr sequenzielles Heavy Euro, muss man sagen. Also es ist so, dass wir auf dem Board quasi eine Stadt haben, die ist in verschiedene Bezirke unterteilt, in verschiedene Stadtteile, in drei verschiedenen Farben und dort versuchen wir unser U-Bahn-Netz auszubauen. Wir können immer eine Station bauen und dann können wir Schienen bauen und dann wieder zu einer Station und Schiene und Station und so weiter. Und wir versuchen Punkte zu generieren, indem wir Projektkarten erfüllen, indem wir Agenda-Karten erfüllen, indem wir unser U-Bahn-Netz möglichst schlau an solchen Upgrade-Teilen platzieren, die uns dann nochmal stärkere Aktionen bringen. Und der Hauptmechanismus ist eigentlich so ein Rundellmechanismus, der uns erlaubt, verschiedene Aktionen nach und nach zu besuchen. Und das über drei Jahre und jedes Jahr geht irgendwie drei Runden. Aber wir nehmen uns nicht irgendwie weg von den Aktionen her, sondern wir können einfach quasi entscheiden, wie weit wir auf diesem Rundell laufen. Und wir können bis zu dreimal das Rundell pro Runde quasi durchlaufen, um dann unsere Aktionen zu machen. Und dann ist es wirklich sehr sequenziell. Wir müssen schauen. Okay, in den ersten Feldern ist es sowas wie, ja, ich kann mir neue Aktionen holen, neue Aktionsplättchen, ich kann mir so neue Agenda-Karten holen. Also ein bisschen so Vorbereitung, Administration, ein bisschen so Engine-Building. In der zweiten Hälfte ist es eher so, ja, ich kann mir neue Ressourcen holen, ich kann mir vielleicht auch noch eine Technologie holen. Das geht auch eher so Richtung Engine-Building. Ja, hauptsächlich Ressourcen und ich kann mir neue Schienen holen. Und in dem dritten Teil ist es dann so, ja, da muss ich halt alles, was ich mir geholt habe, auch irgendwie schlau aufs Board platzieren. Also ich brauche da die Ressourcen, ich brauche die Schienen, ich brauche die Stationen. Die muss ich alles freigeschaltet haben in den ersten Dingern, um dann auf meinem Board möglichst schlau mein U-Bahn-Netz aufzubauen. Und es ist wirklich sehr bestraft, muss man sagen. Also mich erinnert es tatsächlich so ein bisschen an Pipeline, was ja auch so, wenn man irgendwie den ersten Zug falsch gemacht hat, dann konnte man halt nicht mehr gewinnen. Und so kommt mir so ein bisschen dieses Terminus auch vor, obwohl ich es echt abfeiere, muss ich sagen. Also ich finde es extrem stark und ich finde vor allen Dingen, finde ich das toll, dass es so schwer ist. Man kann richtig, richtig hart optimieren, muss man sagen. Es gibt nur eine bestimmte Anzahl von Lagerplätzen. Das Geld ist super knapp. Man hat ziemlich coole Möglichkeiten, bestimmte Aktionen, die man nur auf bestimmten Aktionsfeldern machen kann, auszulagern auf diese Sonderaktionsteile, um sie zu anderen bestimmten Zeitpunkten zu machen. Das heißt, man kann da, zum Beispiel gibt es ein Aktionsfeld, da kann ich meine Stationen irgendwie freischalten, um sie später bauen zu können. Ich kann mir dort aber auch nur diese orangenen Ressourcen holen, die ich brauche, um meine Bauaktion durchzuführen. Ich kann aber mit einem Upgrade-Teil, kann ich eine von den beiden Aktionen tatsächlich auf ein anderes Aktionsfeld schieben, sodass ich es in einer anderen Sequenz quasi machen kann. Also es ist ziemlich cool. Man kann dieses Sequenzielle, was wirklich sehr stark vorgegeben ist, was ich in welcher Reihenfolge mache, so ein bisschen mit diesen Upgrade-Teilen aufbrechen. Das hat mir sehr gut gefallen und ja, und ansonsten tatsächlich, das kommt im Zweispielerspiel, wobei das mit Bot ist, nicht so toll zur Geltung, aber ab drei und vier Spielern spielt es auch wirklich eine Rolle, wie ich mein Uber-Netz auf dem Board platziere und wann ich was baue, damit ich noch Chancen habe, Projektkarten zu erfüllen, damit ich meinem Gegner ein bisschen was verbauen kann und so. Also auch da herrscht tatsächlich eine ziemlich coole Interaktion, muss man sagen. Also es ist auch die einzige Interaktion, denn bei den Aktionen gibt es kaum Interaktionen, bis auf den Markt, der Ressourcenmarkt, wo man sich ein bisschen Ressourcen wegkaufen kann, dann werden die teurer und so. Aber ja, sonst ist das die einzige Interaktion. Super cool. Also es ist ein sehr, sehr interessantes Game, bei dem ich aber auch verstehen würde, wenn das nicht jeder mag. Weil dieses, ich muss sequenziell was abarbeiten und ich muss es möglichst effektiv tun, da verstehe ich, das mag nicht jeder und ich glaube auch, dass die ersten Partien schon auch ein bisschen frustrierend sein können, aber dieses, dass man dann von Partie zu Partie irgendwie besser wird und hier irgendwie noch was rausholt und da noch was rausholt und ja, das finde ich richtig cool. Also es ist auch am Anfang diese Projektkarten, die da liegen, ich habe irgendwie eine auf dem ersten, auf dieser ersten Stufe habe ich irgendwie hinbekommen und bei der zweiten Partie waren es dann schon zwei auf der ersten Stufe und bei der dritten dann irgendwie noch eine mehr und so. Also dann hat man vielleicht noch eine Agenda-Karte zusätzlich geschafft und so. Ja, mega cool. Also es gefällt mir wirklich sehr gut und ich bin sehr gespannt, wie dann die fertige Version dann aussieht. Und tatsächlich bei dem Vorabwechselplan, was ich habe, ist alles noch so ein bisschen, also das Material ist eigentlich schon ganz cool, aber irgendwie das Board, man weiß gar nicht, wo man diese ganzen People hinstellen soll, ist alles noch so ein bisschen falsch dimensioniert, möchte ich sagen. Also da bin ich wirklich sehr auf das fertige Spiel gespannt. Tolles Ding, müsst ihr euch auf jeden Fall anschauen, wenn ihr auf Heavy Euros steht, aber ja, wie gesagt, sehr sequenziell, vielleicht ist das was für euch. Das waren die fünf Spiele für heute. Ich hoffe, es war irgendwas für euch dabei. Ich konnte euch so ein bisschen informieren oder unterhalten. Es würde mich natürlich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Den Abo-Aufruf, den habe ich schon gemacht, den spare ich mir jetzt am Ende nochmal. Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein weiteres Video hier auf meinem Kanal schaut. Schaut doch einfach mal rein. Hier zum Beispiel ein Video zu Moon Attack, einem sehr schönen, gehogenen Familienspiel, würde ich sagen. Ja, Familien- bis Kennerspiel von Cosmos, bei dem wir ein 3D-Tempel bauen. Das habe ich hier in einer Einzelvorstellung mit auch groben Abläufen. Und hier unten ein Video, was der YouTube-Algorithmus euch vorschlägt. Das ist vielleicht auch ganz interessant für euch. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich, ciao, ciao! Ciao!